ei 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 soll jetzt erst mal hier ein paar kisten öffnen ok ich werde mal eben kurz den scannen denn machen ich will deine stirn nicht sehen die weg ja ein paar zünder gut sondern noch hier feuerkrallenschreiter oh man ganz schön viele mistviecher hier na gut versuchen wir es jetzt erstmal ruhig anzugehen in der hoffnung dass wir nicht alle viel ich ja gleichzeitig triggern wir können kämpfen oder vorbeischleichen du entscheidest ja erst mal ganz ruhig fräulein ist das sind ein aufspürer okay erst mal die zähmieren wir so viel wie möglich erst mal dezimieren wir so viel wie möglich die gegner okay langweil shit und das war knapp schon lange beim dreh um ja Gut, dass sie die Tante nicht sehen. Oh nein. Das Langbeil. Hier dreht sich um. Nice. Okay. Dann sind die schon mal platt. Okay. Wir gucken mal, was da hinten noch so... Also die zwei sind natürlich am schwierigsten. Oh, schnell weg. Der hat gerade die Leiche entdeckt. Die Metallleiche. Okay, dann holen wir uns erstmal die hier. Oh, da hinten ist noch eine. Noch ein Aufspürer, okay. Machen die hier erstmal platt, bevor wir jetzt hier irgendwas großartig... hat er das gehört? Nee. Das hat er gehört. Okay. Da war nichts. Stirb leise, bitte. Okay. Einen nach dem anderen schalten wir hier aus. Ich sollte was anderes als Schock-Munition nehmen. Ja, vielleicht. So, danach stehen wir nur noch zwei Monster gegenüber. Das ist eine überaus bessere Chance zu überleben. Er hat eine überaus bessere Chance zu überleben, meine ich. Heieiei. Okay. Nein. Hat er nicht. Schnell weggelootet. Und wenn wir jetzt Glück haben, kommt das Vieh... Alter, warum hat er denn da aufgeschossen, blöde? So eine blöde Nuss, ey. Oh. Der andere wurde nicht getriggert. Sehr gut. Die blöde Nuss auf den... Äh... Hier auf die Lunge, oder wie das Ding heißt. Geschossen, ey. Oh, Mann. So. Lohr, Beutel? Wo ist denn das Ding? In der Mitte auf dem Bauch. Versuchen wir es mal mit einem Sniper-Pfeil. Oh, der hat alles verloren. Dann gehen wir gleich mit dem Nächsten drauf. Och, der... Hat er sich echt einen Millimeter bewegt jetzt noch? Eine gute Wahl. Oh, zoweit. Wir müssen kämpfen. Oh, der ist doch schon hin. Das stimmt, nee. Ich hab noch niemanden sowieso gegen Maschinen kämpfen sehen. Tja, ich bin halt doch gut. Sehr schön. Nee, ich gehe nicht. Ich loote. Das nennt man looten, Mann. Ei, ei, ei. Da muss man noch einiges beibringen. Was hat der denn jetzt hier verloren? Die Ruhebombenwärter, okay. Mehr nicht? Hä? Der hatte... Ich bin verwirrt. Na gut, egal. Ist ja nichts Neues. So, wir müssen dann jetzt hier oben rein. Sehr schön. Wir füllen nochmal schnell auf. Sehr gut. Ist voll. Ich denke mal hier rein, ne? Äh... Der Eingang zum Komplex sieht aus, als wäre er verschlossen. You don't say Sherlock. Ah, ja. Sehr gut. Hä? Geh doch weiter. Was soll denn das? Danke. Weiter. Es muss einen anderen Weg in die Anlage hineingeben. Ja, ich bin doch schon dabei. Keine Geduld. Keine Geduld. Gleich hinter dir. Wow. Okay. Welche Richtung? Alter, ich habe jetzt gar nicht nach noch mehr Dokumenten oder so geguckt. Aber ich glaube, da war auch nichts. Das war ja nur so ein offenes Gelände. Kleine Arena sozusagen. Das sieht ja interessant aus. Chill mal eine Sekunde. Kann ich mit der reden? Ne. Was passiert denn, wenn ich die Pfeile, ne? Diese Dreierpfeile auf dem Rücken. Das war ich nicht. Ich bin abgeruht. Entschuldigung. Ups. Verdammt. Musste mal kurz gucken. Sweetie würde sagen, Freundfindungsmodus. Freunde-Finde. Freunde-Finde-Modus. Mann. Hüpf. Hüpf. Für das Schloss brauche ich einen Datenschlüssel. Fordert Schlüsselmodul. Okay. Ich glaube, die kriege ich da weg. Akku-Lager-Einheit. Aha. Machen wir gleich. Wir gucken erst mal. Akku-Lager-Einheit. Ja gut. Was müssen wir machen? Ziehen. Ah ja. Das rührt sich nicht. Ah Mist. Vielleicht bei den anderen. Jawohl. Gut. Was sind das für Dinge an den Wänden? Na also. Hm. Dahinter ist ein Hohlraum. Ja, aber wir gucken erst mal, ob ich den hier auch noch bewegen kann. Ja. Sehr gut. Aha. Aha. Was ist das? Ach, das ist sozusagen der Stromanschluss oder was? Interessant. Aber was sind das für Dinge? Die nehme ich. Weil die da auch immer versteckt hat. Okay, wir haben jetzt einen... Ach ja, den Schlüssel. Stimmt. Na also. Sieht aus wie eine Art Transportvorrichtung. Kannst du sie zu mir rüber bewegen? Sieht so aus. Wenn du auf das Ding springst, kann ich dich zu den Konsolen bringen. Ganz genau. Hau doch hier, äh... Jetzt müssen wir auch noch Taxi spielen. Oh Mann. Ja, dann geh doch rauf. Hallo. Hallo? Hallo? Das hat keiner gesehen jetzt, ja? Moment. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Ja. Hast du. Ich bin stolz auf dich. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay. Wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Da drin sollte eine Energiezelle sein. Dann musst du irgendwie in den Generatorraum. Okay. Bin dabei. Ah. Okay. Das muss weg. Das muss weg, sagt du. Ich hab die Energiezelle. Jetzt such einen Weg in den Generatorraum. Ja. Hä? Hier ist eine Alpha-Wand. Achso. Okay. Haben wir. Lass mich raten, hier irgendwo reinbringen und zurückschieben die Kiste. Nee. Sieht nicht so aus, als wäre der Generator in diesem Raum. Er muss irgendwo anders sein. Hä? Aber da komm ich doch gar nicht rein. Da oben. Und vor allem... Hä? Hä? Was war das denn? Irgendwas hat sich hier disconnected bei mir? Bin ich noch da? Der Ton ist noch da? Sieht gut aus, oder? Oh. Ach, wir sind wieder versetzt. Ja, ganz toll. Boah, ich hoffe, das war jetzt nicht die ganze Zeit so. So. Nichtsdestotrotz, lange Rede, kurzer Unsinn. Ähm. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. Dann können wir nämlich, äh, mal schauen, wo wir diese fette Batterie reinschieben können. Ach, Quatsch. Ach, Quark. So schlimm ist es jetzt auch nicht mit dem Dut. Ab und zu ist er dann doch schon ein bisschen nützlich. Hä? Ah, gucke mal da. Ich hab's gefunden. Na. Kannst du das? Da. Na, komm schon. Ja. Los. Sehr gut. Aber können wir damit klettern überhaupt? Wir können damit gar nicht klettern, oder? Vielleicht müssen wir von innen irgendwie aufmachen. Gucken wir mal. Ah, ja. Können wir. Okay. Na dann. Feuer, Glimmer. Jetzt können wir hier einstecken. Äh. 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 Könntest du. Äh. Mich nächstes Mal vorwarnen, äh. Wenn du. Äh. Eine Wand hochjagst? Ich, äh. Versuch's. Okay. Bist du so doof, ne? Okay. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. Okay. Du. Ich erreiche sie jetzt. Sehr gut. Schön, schön, schön. Okay. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ich geh zur anderen Konsole. Du bleibst hier. Machen wir. Okay. Irgendwelcher Loot versteckt? Nö. Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins. Zwei. Leitet Diamantranken Schwachstellen-Testszenario zwölf C-fünfzehn ein. What? Okay. Dort müssen wir hin. Initiiere Umwandlungsprozess. Initiiere Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein. Wie schalte ich dieses Ding aus? Ausfallsicherung überschritten. Pist kann nicht abgebrochen werden. Pharoah ist mal wieder schuld. Pharoah ist mal wieder schuld. Was war das da gerade? Alva, triff mich unten. Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das ihr auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber... können wir sie rechtzeitig einsetzen. Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie... wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder... verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, dass irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären. Aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach... besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber... Jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die Teststation Efeu kann nicht mehr weit sein. Ei, 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 ei. Pharoah mal wieder. So ein Unsympath einfach. Noch ein Labyrinth. Aber der Weg zur Wahrheit verläuft niemals gerade. Diese Metallblumen, die in den Daten Diamantbanten genannt wurden. Sie sollten die Zerstörung stoppen, wie die Zeit der Asche verursachte. Sieht so aus. Aber irgendetwas im Wunsch. Ja, scheint so. Es muss irgendwo einen Ausgang geben. Mann, ist die ungeduldig. Also ich verstehe die Gründe, aber... Heiei, heiei. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Ich hab noch gar nicht gefragt. Bist du aus der Gegend? Nein. Ich bin an einem Ort weit im Osten aufgewachsen. Oh, dann sind wir beide weit gereist. Allerdings. Allerdings. Okay, Moment. Hier scheint es weiter zu gehen. Ich möchte natürlich jede Ecke erkunden. Und gesehen haben. Daher gucken wir uns erstmal hier rum. Okay. Hier gibt es anscheinend nichts. Dieses Ruhr. Anscheinend geht es bis zur Oberfläche. Ich denke, wir sind unter dem Erprobungsgelände. Vielleicht verbindet es die Anlage mit dem Turm. Halten wir uns hier besser nicht länger auf. Jo. Meine Rede. Weiter geht's. Ich musste gucken. Ging nicht anders. Wie schnell die gehockt rennen kann. Heilige. Kalt und feucht hier unten. Was? Was? Was ist das? Was? Achso, das ist eine Leiter. Ich hab die voll übersehen. Okay. Okay. Finden wir einen Weg zum Erprobungsgelände. Machen wir das. Aber erst bluten wir. So die Zeit muss sein. Hier geht's nicht durch. Was für eine Trostlosigkeit. Nichts und niemand hat überlebt. Oh. Noch ein, noch ein Gedicht. So. Hab weichener Kot geborgen aus der Fast-Treibhausanlage. Dann hoben sie die Augen. Es war nun heller und sie sahen sich ins Antlitz kreischend auf vor Angst und starben. Sie starben an dem grauenhaften Anblick. Unwissend, wer der war, auf dessen Stirne die Hungersnot geschrieben hatte. Teufel. Die Welt war leer, ein Ballenarm und reich. Der Jahreszeit beraubt und ohne Leben. Ein Klumpentoter und des Staubes Chaos. Die Flüsse erstanden still und alle Meere. Nichts regte sich in ihres Schweigens Tiefe. Die Schiffe lagen unbemannt und foulten. Stückweise zerfielen ihre morschen Masten und schliefen ruhig in dem starren Abgrund. Die Wellen tot im Grabe, die gezeiten. Der Mond ihrem Meister war schon längst erloschen. Der Wind war aus, die Luft erstickt. Die Wolken waren verschwunden. Ihre Hilfe hatte die Finsternis nicht Not. Sie war das All. Super weird. Swiss, eine gute Nacht, Mann. Dankeschön fürs Reinschauen. Dankeschön. Okay. Na gut. Gehen wir mal weiter. Oha. Pharaoh mal wieder, ey. Dieser Komplex ist wohl die Teststation Efeu. Dann finden wir da drin hoffentlich Antworten. Ei, ei, ei. Alles ist so tot. Ich stehe. Ja. Sei auf der Hut. Oh. Hier sind garantiert irgendwo Viecher. Können wir vielleicht ein paar ausmachen? Vielleicht ein paar Pürscher getarnt oder so? Ich höre auf jeden Fall. Ich höre doch einen. Eine von den Maschinen. Sie macht sich unsichtbar? Eine riesige Fledermaus. Wir müssen sie erledigen, um in die Teststation zu kommen. Bist du dabei? Ja. Eine riesige Fledermaus. Erstmal scannen. Oh, shit. Oh, shit. Äh, what? What is happening? Alter. Alter, was ist das denn auf einmal? Was passiert hier? Das ist doch mal. Dann bitte tu's nicht. Jetzt wissen sie, dass du da bist. Hier hast du Munition. Ich treffe sie von dir. Alter. Das Feuer gegen die Eid. Ja, ja, ja. Ich habe gar kein Feuer ausgerüstet. 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 Ich habe 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 kein Feuer ausgerüstet. keine chance mit keine chance mit den dingern ich habe sie kommt schon das war unglaublich furchteinflößend aber unglaublich das hat geholfen wir sollten jetzt in teststation efeu können leck mich fett schreckflügel schreckflügel metallblume eine metallblume es trägt eine der metallblumen wurden sie auf diesem weg verteilt aus der luft fallen gelassen von diesen maschinen sein boah quatsch mir doch einfach dazwischen wenn ich gerade laut denke also wirklich erst mal looten wir bevor wir irgendwas anderes machen das ist schon mal klar die gab pfeile ja die nehme ich das haben wir hier hinten schreckflügel metallzahn sehr nice oh lieben ja bitte ich hätte mal die lohe dinge aber ich hatte ich habe halt aktuell keinen feuerwaffen ausgerüstet also nichts was feuer erzeugt ja ich weiß ich muss da rein aber ich gehe jetzt nicht da rein die weg jetzt keine sequenz hast du erst mal hier genau die metallzahn da müsste doch bestimmt noch mehr rumliegen oder wir haben doch bestimmt noch ein bisschen was abgeschossen oder war es das schon heiliger keine daten leider ja das war es dann anscheinend schon ok diese viecher scheinen dann die metallblumen zu platzieren da ist noch was siehst du sag ich doch naja ein paar feile naja mein gott kann tut's nicht na dann gehen wir mal rein uiuiuiuiui leck mich fett testing facility ivy also efeu hier auf den diamantkranken muss es doch ein paar daten geben die wir gebrauchen können ich hoffe dein fokus sieht was meiner nicht sehen kann wenn wir gleich sehen das ist interessant was gefunden die vierte teststation weide sie scheint unter wasser zu sein weide wir haben hier noch ein datenfragment von tala aquino persönliches protokoll das 3.15 september 2047 jede hinreichend fortgeschrittene technologie ist von magien nicht mehr zu unterscheiden arthur c clark ok aber man muss den trick durchaus wenn es soweit aber man muss den trick durchschauen durchschauen wenn es soweit ist wenn der vorhang aufgeht und die spiegel enthüllt mir ist allerdings immer noch nicht klar wie wir diesen wissenschaftlichen zauber vollbringen konnten es ist nicht nur das tempo in dem die projekte entstanden sind oder die stabilität der ergebnisse trotz der komplexität der biotechnologie es ist nicht einmal die riesige vielfalt an pflanzen die jetzt widerstandsfähiger gegen hitze dürre und krankheiten gemacht werden können es ist die einfache tatsache dass all diese ergebnisse greifbar sind keine ankündigung in wissenschaftlichen magazin keine überschwänglichen vorhersagen auf grundlage von simulationen unsere forschungen sind büsig erfahrbar geworden was vor vier jahren als traum auf einem verlassenen industriegelände begann ist jetzt zu zahllosen reihen von automatisierten phas anbau einheiten geworden von denen jede genmanipulation im feldeinsatz durchführen kann auf tatsächlichen feldern diese roboter analysieren die bodenzusammensetzung lichtende intensität temperatur windgeschwindigkeit und hunderte andere faktoren dann können sie mit den gen sequenzen die wir erschaffen haben eine pflanze auswählen oder konstruieren die an diesem standort die besten erträge erzielt natürlich werden alle pflanzen goldmaritien dankeschön für den follow vielen 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 lieben dank dankeschön lieb von dir ähm moment 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 aber welche natürlich werden alle pflanzen die diese einheiten erschaffen am besten von anderen farzmaschinen geerntet aber welche regierung würde sich angesichts einer verhungernden bevölkerung darüber beschweren dass sie unsere roboter benutzen müssen um alles zu beschleunigen sollte ich mich unbehaglich fühlen wenn ich mit ansehe wie sich ted farrows taschen mit dem geld der verzweifelten und verhungernden fühlen vielleicht aber ich weiß dass es seine überzeugung sein geld und seine sein tatendrang waren die die leeren wegen der welt gefüllt haben nur die lebenden können verzweiflung empfinden und wir haben ihnen ihr leben zurückgegeben wir unsere arbeit farrows ressourcen der triumph der wissenschaft zusammen haben wir die welt verändert oha goldmaritien dankeschön komm gut ins bett und schlaf gut und noch mal vielen 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 lieben dank für den raid und ich hoffe dass deine lieben zuschauer sich hier wohlfühlen ich würde mich sehr darüber freuen oha und wäldchen ich muss vertrauen haben ich gehe den weg der ahnen wir sollten finden was wir suchen mach mal ich weiß dass ich da hinten in den raum muss aber ich wollte mich erstmal kurz umgucken huch war da was ah nee das war aber meinem fokus bleibt noch so viel verborgen aber meinem fokus bleibt noch so viel verborgen das war das war das war das war das war